Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute gerne meine Schminksammlung zeigen. Ich entschuldige mich vorab für die Überlänge des Videos, aber ich wollte euch einfach den bestmöglichsten Einblick in meine Schminksammlung zeigen und ich würde sagen, wir legen sofort los. So, dann fangen wir mal an mit dem eigentlichen Schminktisch, den ich habe. Das ist dieser hier, der ist von Amazon, glaube ich. Also, ich habe den zu Weihnachten 2013 bekommen. Und in meinem alten Zimmer stand er halt eben irgendwie nur doof rum und hat nicht wirklich geglänzt. Und hier konnte ich ihn mir eben schön aufstellen, weil er jetzt auch zu meiner Einrichtung passt. Der hat oben eben auch so eine Bordüre und wenn man jetzt ein bisschen runter geht, dann sieht man eben, dass er zwei kleine und eine große Schublade hat. Dabei ist dann auch noch hier so ein Stuhl, den ich auch sehr schön finde. Der steht jetzt bei mir auf so einem Ikea-Teppich. Und an der Seite hier habe ich so meine Steckdose, wo ich dann meinen Lockenstab und alles Mögliche einstecken kann. Dahinter steht noch ein Laptop und hier halt eben mein Mülleimer. Und wie gesagt, der ist halt von Amazon und ich versuche euch den mal zu verlinken. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, ansonsten verlinke ich euch einen ähnlichen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal nach, was sich oben drauf und auch in den Schubladen befindet. So, wenn ihr jetzt mich hier hinschaut, dann seht ihr so ein kleines Dekobäumchen in Rosenform. Das habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit bei Lörs gekauft. Das ist ein Gartencenter, was man kurz vor der Stadt von Fenlo findet. Also, wer das nicht ganz so weit nach Fenlo hat, der sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Die haben super schöne, preiswerte Sachen, wie halt auch eben diesen Baum. Den könnt ihr dann hier mit so einem, da ist so ein kleines, hier so ein kleines Ding bei. Und da könnt ihr dann zwei Batterien reinstecken und dann eben an- und ausschalten. So, direkt neben den Bäumchen seht ihr jetzt hier so einen kleinen Teelichtbehälter. Auf dem steht You Pretty Little Thing und ich fand den wirklich schön, auch vom Schriftzug. Auch der ist von Lörs und da habe ich jetzt im Moment eine Yankee Candle drin. Wobei ich aber nicht mehr weiß, welche das ist. Irgendwas, was nach Vanille riecht auf jeden Fall. Und genau, den gibt es auch bei Lörs zu kaufen. So, hier seht ihr jetzt da eine Lampe von Ikea. Das ist eigentlich eine Nachttischlampe, aber ich fand sie ganz schön. Und habe sie jetzt einmal hier stehen und woanders im Zimmer habe ich auch noch eine davon. Und das hier ist eben auch von Lörs eine Bonbonniere. Und da bewahre ich jetzt im Moment meine Wattepads drin auf. Fand ich einfach auch sehr hübsch und hat super dazu gepasst. Und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir in die Schubladen. So, das hier ist jetzt die erste Schublade. Und ich mache sie mal auf. Hier habe ich jetzt auf der Seite meine ganzen farbigen Lidschattenbases, wie beispielsweise zwei hier von P2 Forever Intense oder aus der Essence Ticket to Paradise LE und eben so ein Essence Eiser B. Und dann habe ich hier noch so etwas ganz Altes, was auch irgendwie so einen Goldschimmer hat. Dann habe ich hier hinten ganz viele so feine Glitzerpartikel. Und hier noch etwas grübere Glitzer, die W7 Glitzer, die ihr aus meinem W7 Video kennt. Hier noch ein Pigment von Makeup Revolution und von Catrice aus der Lala Berlin LE. Und eben von MAC Patina und Pink Venus. Und dann halt eben noch welche aus LEs oder hier Essence Pigmente. Genau, und da sind so die ganzen Pigmente und Glitter und alles drin. Dann gucken wir mal, was in der anderen Schublade drin ist. Die Schublade ist wirklich ziemlich unspektakulär, denn hier habe ich nur Haargummis und Haarspangen drin, was ich halt so schnell mal gebrauchen kann, wenn ich eben meine Haare mache oder um sie einfach aus dem Weg zu machen. Und dann gucken wir, was unten in der Schublade ist. Auch diese Schublade ist jetzt nicht wirklich spannend. Ich habe hier verschiedene Feuerzeuge drin, um eben oben die Kerze anzumachen und auch noch die anderen Kerzen hier im Raum. Dann habe ich hier hinten meine Q-Tips drin, also Wattestäbchen drin. Und eben diverse Wattepads. Hier unten ist noch ein Spiegel drin. Da und meinen Lockenstab von Remington. Den kann ich euch einmal hier so rausholen. Das ist so ein konischer, der eben hinten dicker ist und vorne etwas dünner. Da kann ich euch gerne mal ein Video zu machen, wenn ihr möchtet. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und jetzt gehen wir mal rüber zu dem anderen Schrank, wo so die eigentlichen Schätze verborgen sind. So, das ist jetzt auf jeden Fall so das Herzstück meines Zimmers. Ich kann euch das gleich nochmal ein etwas größer zeigen. Es geht hier jetzt erstmal um die Sachen, die oben drauf sind. Denn da seht ihr hier ganz hinten meine Gesichtspinsel. Da die Augenpinsel hier vorne noch so ein Schälchen, wo auch eine Yankee Candle so ein Tarte drin ist. Und dann eben Lippenprodukte und was da noch so rum steht. Ich würde sagen, wir gehen da einmal näher dran, damit wir uns das ganz genau angucken können. So, das hier sind jetzt erstmal so die Gesichtspinsel. Ich bewahre die in so einem Behälter von Ikea auch auf. Die haben auch, glaube ich, die meisten. Und dann habe ich hier halt eben so die Pinsel. Zum Beispiel hier von Zueva den, wie heißt der, Defined Buffer oder Ebelin Pinsel. Hier die Dupes zu den Real Technique Pinseln und halt eben noch so ein paar andere Fräulein 38 und auch einfach No-Name Pinsel. Und genau, das sind so die Pinsel, die ich größtenteils jeden Tag benutze. Und dann gehen wir mal rüber zu den Augenpinseln. So, das sind jetzt meine ganzen Augenpinsel. Und die habe ich auch einfach in so einem ganz normalen Behälter von Ikea. Hier habe ich auch noch die ganzen Tools. Also mein Wimperntool zum Wimpernaufkleben und so ein paar Pinsetten. Und halt eben verschiedenste Pinsel. Also da ist auch wirklich wieder No-Name-Zeug dabei. Hier auch von Zueva welche. Da habe ich zwei Stück oder beziehungsweise mittlerweile drei, weil ich mir den ja noch gekauft habe. Den Crease und dann halt aber auch welche von Ebelin, Fräulein 38. Hier habe ich einen von MAC, den 117... Quatsch, ist Quatsch. 217 SE und halt eben ganz viele verschiedene. Auch hier mit Bürstchen und Augenbrauenpinsel und, und, und. Wenn ihr nochmal ein gesondertes Pinselvideo sehen möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann, ähm, gucken wir uns mal den Rest an, der hier so steht. Dann habe ich jetzt hier meinen Ebelin Pinselreiniger. Der steht normalerweise da in der Ecke. Und, ähm, ja, ich weiß noch nicht, wie ich den finde. Also meine Pinsel müssten unbedingt mal wieder richtig gewaschen werden. Das werde ich jetzt auch am Wochenende machen. Aber, um das eben zu überbrücken, geht auch erstmal das. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie ich ihn finde. Ich habe ihn jetzt auch nicht ganz so viel benutzt, aber ich finde, dass der erstmal sehr nach Alkohol riecht. Und wenn dieser Duft dann verflogen ist, kommt halt eben so ein krasser Parfümgeruch, was ich einfach gar nicht leiden kann. Schwierig. Muss ich nochmal schauen. Dann habe ich hier in diesem Behälter, ich weiß gar nicht, woher ich den habe. Ich glaube von dm. Ähm, erstmal hier oben meine Make-up Revolution, mein Fixing Spray. Das habe ich jetzt ganz, ganz neu. Ähm, habe ich erst ein paar Mal getragen. Muss ich noch austesten. Da kann ich dann gerne mehr zu erzählen. Und eben hier hinten, das habe ich zum Geburtstag bekommen von meiner Schwester, von L'Occitane, diese Maske Rosé du Matin. Habe ich einmal bisher ausprobiert, fand ich aber sehr, sehr cool, den Effekt. Ähm, könnte ich auch nochmal ein extra Video zu machen. Und dann kommen eben so die Dinge, die hier in den Behältern drin sind. Hier hinten habe ich jetzt die ganzen kleinen W7-Nagellacke stehen, weil die einfach in meine Nagellackschublade nicht mehr gepasst haben und da sehr gut reinpassten. Und, ähm, dann habe ich hier hinten noch, das sind so eigentlich alle Lip Liner, die ich besitze. Und hier noch zwei Lipglosse. Einmal den Essence XXL Long Lasting Lip Gloss. Ähm, der ist matt. Und die Farbe heißt 05 Velvet Rose. Und dann hier noch von UMA den Liptastic Lip Lacquer in Lima. Und dann kommen eben hier auf der Seite einige meiner Lippenstifte. So, hier vorne habe ich meine ganzen MAC-Lippenstifte und, ähm, halt eben diesen einen hier, den ich euch in meinem letzten Haul gezeigt habe von iHeart Makeup. Und ich gehe da jetzt gar nicht näher drauf ein, weil ich glaube, das würde dann den Rahmen noch mehr sprengen. Ich glaube ohnehin schon, dass das ein sehr langes Video wird. Aber gucken wir mal, was hinter den MAC-Lippenstiften so steht. Hier habe ich jetzt, ähm, einige Lippenstifte hier oben. Die sind alle von Essence. Dann habe ich hier einen von Astor, von Heidi. Hier hinten, das ist alles P2, zwei Makeup Revolution Lippenstifte. Dann einen Calvin Klein Lippenstift. Und eben hier vorne von L'Oreal. Ganz cool finde ich den hier, weil der ist jetzt irgendwie ganz neu, ähm, eine Lippenstiftreihe für Brünette. Und den habe ich jetzt von meiner Oma zum Geburtstag bekommen. Ich kann, ich gehe mal einmal eben aufmachen. Der sieht so aus. Ich finde den wahnsinnig schön. Und den kann man eben schichten. Der hat jetzt nicht so die Deckkraft, wie, ähm, er jetzt aussieht, wenn man ihn jetzt aufmacht. Aber man kann ihn halt wunderschön schichten. Genau, und das ist eben da drin. Achso, und hier hinten, da in diesem, ja, in dieser kleinen, ähm, Schatulle, in diesem Kosmetikbeutel, ähm, sind ganz viele Ketten und Ohrringe und so drin. Die zeige ich euch jetzt aber nicht nochmal extra. Wir gucken jetzt mal, was in den Schubladen drin ist. So, in der obersten Schublade, das ist diese hier, ähm, die mache ich euch gleich auf. Vorher wollte ich euch noch erzählen, dass dieser Schrank auch aus der Malmserie von Ikea ist. Und man kann diesen oberen Teil hier auch noch aufklappen. Da ist da ein Spiegel drin und so ein Samteinsatz, ähm, wo man dann so Schmuck oder sowas aufbewahren kann. Der ist aber bei mir jetzt nicht gefüllt. Deswegen mache ich den gar nicht auf. Und wenn ich das hier aufmache, dann sind eben meine gesammelten Nagellacke drin. Ähm, gar nicht ordentlich, ich weiß, aber es ist auch nicht so viel Platz in den oberen Schubladen, weil die eben nicht ganz so tief sind. Und hier habe ich mir dann so ein Rad besorgt. Das ist jetzt nur von P2, also sind alles P2-Nagellacke. Hier hinten stehen dann die Nummern drauf. Und um einen besseren Überblick zu haben, habe ich die jetzt einfach mal geswatcht. Und hier habe ich halt eben noch Essence. Ich habe aber noch viel, viel mehr Nagellacke hier drin. Ich habe hier Essie, ähm, ja, alles Mögliche. Also alles, was die Nägel betrifft, ist in dieser obersten Schublade. So, dann kommen wir zu der zweiten Schublade. Und die ist wesentlich interessanter. Denn hier habe ich meine ganzen Paletten drin. Ähm, ich versuche da sehr schnell durchzugehen. Hier habe ich so eine No-Name-Camouflage-Palette, die auch nicht mehr so schön aussieht. Und hier habe ich von BH auch eine. Die sieht leider auch nicht mehr so toll aus, weil mir das warm geworden ist. Und hier alles rausgelaufen ist. Die benutze ich dann für Creme-Konturen. Dann habe ich hier hinten eine Palette von Benefit drin. Die heißt, ähm, How to look the best at everything. Hatte ich auch mal in irgendeinem Haul drin. Dann hier habe ich Wimpern, so billige China-Wimpern, die ich mal geschenkt bekommen habe. Und, ähm, hier so Primark-Wimpern, verschiedene. Und hier unten habe ich noch so Temporary-Tattoos drin. Und das ist dann nämlich die Seite. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich das alles wieder reinpacke. Das ist auch fast. Und genau, hier habe ich jetzt von W7 die Naked Nudes Palette. Und, ähm, von, na was ist es? Essence How to Make Your Face Wow. Ähm, die Palette noch. Und dann kommen eigentlich die Paletten, die ich so am meisten benutze, würde ich sagen. Beziehungsweise einige habe ich davon noch sehr, sehr neu. Deswegen benutze ich die, ähm, sind die bei mir derzeit noch nicht in Benutzung. Jetzt passt das hier natürlich wieder alles nicht. Ähm, genau. Also, ich hatte das Glück, an diese Palette noch dran zu kommen. Die habe ich mir jetzt quasi selbst zum Geburtstag geschenkt. Und zwar ist das die I Heart Make Up Naked Chocolate Palette. Die ist zumindest von der Verpackung her auf jeden Fall ein Dupe. Ähm, aber dazu werde ich noch mal im Einzelnen kommen. Die sieht auf jeden Fall so aus. Und ich bin ja ein Verpackungsopfer, deswegen musste ich die haben. Und ich versuche sie mal aufzumachen. Dann sind eben so diese Farben hier drin. Sehr, sehr schön. Ähm, habe ich mir bestellt. Und dann habe ich hier unten noch von Make Up Revolution die Iconic 1. Das ist diese hier. Die ist ja der Naked 1 nachempfunden. Und die Iconic 3. Die ist der Naked 3 nachempfunden. Hier unten habe ich noch so eine ganz unspektakuläre 120-Farben-Palette, die ich eigentlich gar nicht verwende. Also sehr, sehr wenig. Und hier vorne habe ich jetzt noch, da ist mir allerdings der Spiegel abgebrochen, kaputt gegangen. Ähm, eine Sleek-Palette. Und zwar die Oh So Special. Ähm, genau. Die ist mir aber, wie gesagt, auch schon relativ kaputt gegangen. Habe ich aber auch schon sehr lange. Dann diese Palette hier. Die habe ich euch ja auch schon gezeigt. Die Make Up Revolution Flawless Palette. Und weil ich diese toll fand, habe ich mir jetzt noch mal die Flawless Matte bestellt. Die kann ich euch auch mal ganz schnell aufmachen. Ähm, die hat halt eben nur matte Farben. Und auch wunderschön. Habe ich allerdings auch noch nicht benutzt. Ich habe im Alltag immer so wenig Zeit, ähm, dann noch Lidschatten und alles aufzutragen. Deswegen mache ich sowas immer gerne am Wochenende. Und dann halt hier unten die In The Buff Palette, die ihr ja auch schon kennt. Und dann gehen wir mal runter zur nächsten Schublade. Okay, hands down. Ich glaube, ich kann nicht leugnen, dass ich ein Make-Up Problem habe. Ähm, hier hinten habe ich alles, was so in Stiftform drin ist. Also, Kajalstifte, Augenbrauenstifte. Da ist jetzt auch noch ein NYX Jumbo Eye Pencil drin. Und eben Anspitzer. Und Eyeliner, also Liquid Eyeliner, Gel Eyeliner. Alles mögliche. Dann habe ich hier in dem Fach meine Wimpern drin. Hier jetzt die von Red Cherry, die 747S. Das sind meine liebsten, aber halt auch eben noch andere. Hier auf der Seite sind Make-Up-Schwämmchen und eben so Pinsel, die ich nicht benutze. Und hier noch eine Palette von Primark. Hier sind meine ganzen Lidschatten drin. Und da ist auch alles bunt gemischt. Ich habe hier einen Catrice-Lidschatten. Dann habe ich Calvin Klein. Dann habe ich hier ein gepresstes Pigment von MAC. Und Essence Catrice, wie gesagt. Hier von Wet n Wild, Creme Brulee und von Lancome habe ich hier auch noch so ein paar. So einen blauen und so einen auch sehr schönen roten Ton. Und halt eben alle Lidschattenprodukte, die ich so hier drin habe. Hier in der Schublade bzw. in dem Fach sind so meine ganzen Mascaras und meine Wimpernzange. Und ja, von NYX hier das Cake Brow Powder. Und von Essence ist hier auch noch so ein Augenbrauenpuder drin. Und halt eben ein so ein Haardonut, wo ich aber meine Pinsel mit sauber mache. Und hier sind dann eben noch Lippenstifte und Lippenprodukte. Also zum Beispiel hier von Lush das Bubblegum Lipscrub. Oder von Biotherm die Beur de Lèvre oder die Lip Butter. Und wie gesagt, hier Lippenstifte zum Beispiel von der Manhattan Bloggers Choice, einer. Ganz viele Lippenprodukte. Da habe ich definitiv ein Problem. Ich müsste die auch, glaube ich, mal aussortieren. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Und dann schauen wir mal, was uns in dem Fach darunter erwartet. Weiter geht es mit Foundations. Und auch da habe ich viel zu viele. Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu unterhalten. Aber es ist auch nicht alles so das, was meinen Teil anspricht. Nur es sind halt alle Foundations, die ich habe. Also auch die, die ich an anderen Leuten benutze. Zum Beispiel hier die Nude Magic Eau de Tar. Oder da habe ich jetzt in meiner Farbe das von Alverde, das Pure Tarn Makeup. Dann habe ich hier Revlon Colors Day. Dann habe ich was von MAC. Das ist das Studio Scalp. Dann habe ich hier was von Bourjois. Dann habe ich hier hinten von Chanel. Die Lift Lumiere. Und genau, hier vorne so Camouflage drin. Dann habe ich Porenverfeinerer oder Primer hier drin. Kleine Proben von Foundations. Hier habe ich mein Makeup Eye drin. Da auch nochmal Primer. Da hinten ist nochmal so ein Haardonut, womit ich aber die Pinsel reinige. Und da hinten dann der Honolulu Bronzer und das Candy Floss Blush. Und hier vorne habe ich auch irgendwie noch so Browsing Pearls. Und das Bella Bamba Rouge und den Hoola Bronzer. Und einen Makeup Setting Spray von Alverde. Achso, hier hinten ist nochmal ein Max Fix Plus drin, da ganz hinten. Und das ist so die Seite. An der Seite hier seht ihr noch zwei Paletten von Primark. Und weiter hier vorne habe ich dann auch nochmal eine Palette von Primark. Und halt eben so alles, was Puder, beziehungsweise auf der Seite auch nochmal eine Creme und beziehungsweise zwei Cremes. Und eben so Abdeckprodukte wie Concealer. Zum Beispiel habe ich hier dreimal die Catrice Camouflage Cream. Dann mein MAC. Das ist der Pro Longwear Concealer in NC15. Dann habe ich hier ganz neu den NYX HD Photogenic Concealer. Mein All-Map Plus. Dann habe ich hier noch ein Produkt von MAC. Auch ein Puder. In NW40 allerdings. Und hier mein Sleek Blush. Und noch ein Highlighter. Und hier auch noch ein Rouge von MAC. Das ist Style. Wie gesagt, also hier sind alle Puder-Produkte drin. Und dann gehen wir eine Etage tiefer. Okay, jetzt wird es definitiv random. Denn hier findet ihr jetzt alle Produkte, die so für die Haare sind und auch Parfüms. Also hier vorne. Das hier ist das Deep Space Parfüm, was auch fast alle ist. Das ist ein Dupe zu dem Alien Parfüm. Dann habe ich hier mein Haarspray drin. Hier sind so verschiedene Haarklammern und 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 drin. Also hier ist wirklich alles für die Haare drin. Ich habe hier auch noch ein Glätteisen drunter. Und genau. Hier vorne habe ich dann noch mal so Teasing-Comps und meine Primark-Bürste. Ein Duttkissen, was auch wirklich ein Duttkissen ist. Dann habe ich hier von Primark auch noch so ein Blumenhaarband und diverse Spangen und Haarbänder und Haarreifen und eigentlich so alles. Und dann an den Seiten habe ich jetzt hier glaube ich gar nichts. Nein. Und dann gehen wir noch mal eine Etage tiefer. Hier unten habe ich jetzt so die ganzen Pflegeprodukte. Beziehungsweise nicht alle, aber einige Pflegeprodukte, die ich besitze. Hier zum Beispiel das Skin Perfection Micellen Wasser von L'Oreal. Das habe ich mir auch schon wieder nachgekauft, weil das hier ist doch schon recht leer. Dann habe ich hier auch noch so ein Hydra Active 3 Hautperfektionierendes Gesichtswasser. Hier auch noch mal von Balea ein Waschgel und meinen ölhaltigen Augen-Make-Up-Entferner von Rival de Loup. Und halt eben Cremes und Waschgele und eigentlich alles, was ich halt wirklich im Moment so benutze. Und hier noch mal mein Senself Gülsuyu. Tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. Oderos, also Rosenwasser. Und genau. Das sind so die Pflegeprodukte, die hier hinten drin sind. Und dann habe ich hier vorne noch Pflegeprodukte. Das ist jetzt so, ja auch relativ random. Da habe ich mein Deo, das finde ich sehr gut. Das Antitranspirant Stress Protect von Nivea. Das finde ich sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob da Aluminium drin ist. Steht auf jeden Fall nicht drauf, dass keins drin ist. Deswegen glaube ich, dass welches enthalten ist. Und dann habe ich hier von L'Oreal zum Beispiel noch den Skin Perfection. Optischer Retouchierer. Der mit Nagellack Entferner. Da habe ich hier meine Gesichtsbürste und verschiedene Cremes. Ich benutze die hier ganz gerne, die BB More Brighten Up Cream. Genau, hier die Balea Beauty Effect Faltenfiller. Ich bin zwar erst 24 geworden, aber man kann ja nie früh genug damit anfangen. Von Balea ein Enzym Peeling. Also hier ist wirklich eine ganze Menge an Produkten drin. Und dann habe ich hier an den Seiten noch Produkte, die ich auf jeden Fall noch testen möchte. Hier hinten so Badezusätze. Und hier vorne eben, genau, noch so andere Sachen. So kleine Größen. Zum Beispiel von Good Skin Lips hier ein Produkt. So ein Serum. Aber auch Parfümproben oder sonstiges. Also hier ist wirklich fast, ja, alles drin. Und das ist dann so die letzte Schublade. So, das ist jetzt so das Letzte an Beauty Artikeln, was hier so in meinem Zimmer steht. Und zwar ist das hier eigentlich mein Fernsehtisch. Ich habe hier jetzt noch eine Lampe und zwei Kerzen von Primark. Und dann eben hier hinten meine ganzen Victoria's Secret Body Sprays. Ich habe einmal Romantic Wish, dann Pure Seduction, Forever Pink und Strawberries and Champagne hier hinten. Und genau, das ist so das. Und ja, dann sind wir eigentlich auch durch mit den ganzen Beauty Produkten, die zumindest hier in meinem Zimmer stehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, dass die Mühe sich gelohnt hat. Schreibt mir auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, ob ihr eine Roomtour von meinem neuen Zimmer sehen wollt. und wie eure Schminksammlung aussieht. Weil das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ich verlinke euch jetzt in der Infobox nochmal meine sozialen Netzwerke und andere Videos von mir, falls ihr noch Lust habt, mehr von mir zu sehen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein und wünsche euch bis dahin alles Gute. Tschüss! 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 Vielen Dank.